Herzlich Willkommen, wie ihr schon im Titel gelesen habt. Was ist eigentlich Warfunnel? Warfunnel ist ein, wie würde man sagen, ein Simulator, wo man Panzer, Flugzeuge und Schiffe spielen kann. Man kann auch Hubschrauber spielen, aber mehr in Richtung Panzerschlachten. Es gibt noch so PvE-Modis. Manchmal, oder ist dauerhaft drin, das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, weil ich halt nicht spiele. Oder zumindest irgendwann mal gespielt habe. Vor einem Jahr, glaube ich, oder zwei. Ich habe keine Ahnung. Vor einem Jahr müsste es gewesen sein. Warfunnel wird auch in Zukunft wahrscheinlich, wenn ich mal Bock habe darauf, auch Videos geben. Nicht in dem Sinne so viel erwarten, dass ich viele Videos von Warfunnel mache. Aber ich werde versuchen, mal Videos von Warfunnel zu machen, so gut wie ich kann. Und wie ich Lust und Laune habe. Warfunnel wird so in der Richtung werden. Wenn ich Lust habe danach, mache ich ein Video, wenn ich keinen Bock habe, mache ich kein Video. Man kennt das. Und diese Aufnahme, die ihr halt im Hintergrund seht, die ist entstanden in meinem Livestream auf Twitch. Man kann mir auf Twitch folgen. Ist in der Beschreibung verlinkt, falls ich das nicht vergesse. Das ist der Klassiker, ich vergesse öfter, mich in der Beschreibung hinzuzufügen. Wenn ihr mal mitspielen wollt, könnt ihr mitspielen. Es ist relativ egal, wie weit ihr seid. Wenn ihr zum ersten Mal Warfunnel spielt, können wir, wenn ihr Lust habt, zusammenspielen. Können wir auf den ersten Level, was ihr habt, mit zusammenspielen an sich. Ich habe keine Probleme damit. Man kann immer in meinen Livestream reinkommen. Man kann reinschreiben, wenn man mag. Keiner tut es bei mir. Sehr selten. Wenn man mitmachen möchte, kann man immer mitmachen. Ich habe keine Probleme, wenn man mitmacht. Und was ich noch hinzufügen muss, bei Warfunnel. Wenn ihr eine Seele habt und euch sicher seid, ihr wollt eure Seele verkaufen, das ist das Spiel. Verkauft eure Seele im Warfunnel. Das ist das beste Beispiel, wo man seine Seele verkaufen kann. Das war es jetzt mit diesem Video. Wir sehen uns, wenn die Parts stattfinden oder beim nächsten Livestream.